herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft underground und heute gibt es ein video nehme ich mit so dann würde ich sagen da bauen wir viel fans hin und dann leihen wir die kuh an wo ich hoffe dass du dir da nicht weg rennst weil es sieht schon sehr naja aus da hole ich noch ein bisschen weizen für dich und dann hole ich jetzt noch ein paar mehr fans also ich habe jetzt hier ein kuh hingetan an kuh verpiss dich wie da bist du jetzt würde kura und leute schaut mal das hier haben wir die letzte folge baut ich muss meine worte herunter machen aha und dann ist jetzt hier erst mal 128 blöcke laufen da kommen wir zu etwas ran als mission unsere enderman farben und wenn ich wo ich das aufnehmen sind die tag wo ich mit der enderman farben wahrscheinlich noch hochladen da muss jetzt gleich noch ein thumbnail für machen aber ich zeige euch erstmals hier also jetzt kommt hier erst mal die ganzen blöcke hier runter dass sie in der perlen hier was wir nicht brauchen und da können wir einfach so machen oder haben jetzt mal die enderman wieder aufgenommen weil wir als sehr voll sind das ist jetzt egal da können wir nicht unsere ganzen sachen wie sie reparieren das mag ich halt am meisten ziemlich so geil aus und ich hab noch warm das heißt nichts ist warm und es geht so schnell vor ein paar folgen habe ich etwas gesagt wo wir auf jeden fall noch umsetzen müssen sowas wie ja jetzt mit dem haften hier kriegst fleisch wo man schon mal der vogel passt auf auf das leichteste weiß wo du bist der vor ist so süß auf ok nein ja ich habe noch keinen namen gehabt er war doch noch zu jung müssen fackeln hierhin platzieren leute schreibt in die kommentare also otto was ist der letzte video noch nicht gesehen ich mache kurz die sounds leiser und er ist halt jetzt hat hier die farm wie schön ist sie ja merkt ja am besten da die location wo du lang muss weil oder hat sie mich dann auch ja ich gebe dir einfach die motion den downloaden kannst du ja aber leute das soll es heute auch vom video heute gewesen sein ich hoffe das video hat sich gefallen lasst gerne positive bewertung da abonniert den kanal und wir sind beim nächsten video tschüss jetzt sagt noch was was wir sagen willst ja das will auch den algorithmus sehr hoch pushen und schaut euch das video am besten öfter an für die kasse to watch time das war es jetzt hat wirklich ja und locker aktiviert